Hey! Schön, dass du da bist. Ja, das hier ist mein allererster ASMR-Vlog. Und wir legen direkt los. Es geht Richtung Rom. Hier siehst du erst einmal, wie wir von der Heimat Richtung Amsterdam fahren und gleich in den Flieger steigen. Und ja, was soll ich sagen, das ist mein erster Vlog. Ich glaube, es ist ein bisschen chronisch, beziehungsweise es sind immer ziemlich große Zeitsprünge. Ja, da sieht man mich auch schon gut gelandet. Ja, und dann sind wir auch schon in der Wohnung. Wir haben uns eine Ferienwohnung genietet. Und ich zeige euch hier eine kleine Roomtour. Ja, Waschmaschine, Putzzeug und sowas. Dann haben wir hier das Badezimmer. Ja, megaschön. Ich finde die Wohnung total schön. Ja, da bin ich kurz zu sehen. Kurz einmal posen. Jo, alles klar. Peace. Und weiter geht's. Ja. Ich dachte mir, ich mache ein kleines Voice-Over. Also man wird mich nicht sonderlich viel in diesem Vlog sehen. Also zwischendurch bin ich schon mal zu sehen, aber ja, ich dachte als Voice-Over ist das ein bisschen leichter, als wenn ich wirklich mit Mikrofon und sowas durch rumlaufen würde. Also, here we go. Weiter geht's mit der Roomtour. Hier sieht man unseren Schlafbereich. Und dann ist da so eine schöne Glastrennwand. Finde ich total cool. Und dahinter dann das Wohnzimmer und Esszimmer. Wohnen und Essbereich mit Küche. Ja, richtig, richtig cool gemacht. Also voll mein Geschmack finde ich richtig cool. Und ja, der Herr, der die Wohnung vermietet, war auch total nett. Wir haben das Ganze über Airbnb gebucht. Ja. Und wen es interessiert, ich bin mit einem Familienmitglied gereist. Das interessiert bestimmt auch die ein oder andere Person. Ja, da sehen wir dann nochmal die Küche. Genau, unsere Snacks. Ja. Und dann zeige ich euch gleich nochmal ein paar Details. Niko Details. 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 Ja, erstmal auf jeden Fall richtig schön warm in Rom. Wir hatten so an die 31, 32 Grad. Ich habe mich selbstverständlich eingecremt, weil ich ja sonst verbrenne. Weil ich so weiß bin. Ja. Und ja, das waren wirklich zwei sehr anstrengende Tage tatsächlich. Wir sind so an die 20.000 Schritte gelaufen täglich. Und ich hatte zwei riesengroße Blasen an den Füßen. Ja. Hier nochmal kurz ein Kaktus streicheln. Okay. Und ja. Kleiner View. Und dann geht's auch schon Richtung Kolosseum. Da sieht man mich auch nochmal. Das Video habe ich auch auf Instagram gepostet. Ja. Und dann geht's auch schon in eines der sieben Weltwunder. Das war das größte Amphitheater der Welt. Wurde zwischen 72 und 80 nach Christus errichtet. Und liegt zur Unterhaltung und Belustigung der Bewohner Roms. Und war für diese natürlich kostenfrei. Also, der Eintritt. Ja. Vor dem Kolosseum gab es eine Menge Tourguides, die uns Touren verkaufen wollten. Ja. Einer von denen sagte, unter anderem, You only see rocks without a tourguide. Okay. Dann haben wir nur ein paar Rocks gesehen, wie man hier schon erkennt. Sehr, sehr, sehr beeindruckendes Gebäude. Wunder, wunderschön. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Ist ein Muss, dort mal vorbeizuschauen. Ja. Habe ich noch ein bisschen an den Underground gezoomt. Ja. Dann, das ist außerhalb vom Kolosseum. Da sieht man einmal den Konstantinbogen. Ist ein dreitoriger Triumphbogen in Rom und wurde zu Ehren des Kaisers Konstantin errichtet. Da sieht man ihn gleich auch noch mal ein bisschen genauer. Ja. Da ging es meinen Füßen noch gut. Noch. Also, ich hatte wirklich so extreme Schmerzen am Ende des Tages. Und am zweiten Tag ging gefühlt gar nichts mehr. Aber, naja. Ja, Rom hat mir auf jeden Fall total gut gefallen. Also, es ist einfach unglaublich, das alles mal zu sehen. Ja, dann sind wir auch schon nächster Zeitsprung. Wir sind beim Forum Romanum. Das älteste römische Forum war Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens. Genau. Früher sollen da wohl überall Sünfe und halt auch viel Wasser gewesen sein. Ja. Da sind wir schon beim nächsten Zeitsprung. Da sind wir auf dem Kapitolplatz. Kapitolplatz. Genau. Mal kurz meine Füße aufgenommen und dann sehen wir hier die Reitstatue. Von Marc Aurel. Ja. Und dann haben wir hier im Hintergrund den Senatorenpalast. Ich finde das so unglaublich, wie alt teilweise diese Gebäude schon sind. Und bei uns, ja, überleben die nicht mehr gefühlt 100 Jahre manchmal die Gebäude und stürzen schon ein. Ja, da sind wir schon bei Tag 2 angelangt. Hier filme ich einmal den Weg Richtung U-Bahn. Ach ja, wir hatten jetzt ungefähr so 20 Minuten, eine halbe Stunde Fußweg Richtung Kolosseum. Also wir waren sehr zentral gewesen mit unserer Ferienwohnung. Und dann sind wir auch schon beim Trevi Brunnen, einer bekanntesten Brunnen der Welt. 26 Meter hoch und 50 Meter breit. Hab natürlich auch ein bisschen Geld reingeschmissen, damit wir alle uns was wünschen können. Ja, sehr, sehr beeindruckend. War auch ein wunderschöner Moment. Und dann ging's auch schon weiter für uns Richtung spanische Treppe. Eine der bekanntesten Freitrippen der Welt mit 136 Stufen. Und seit 2019 darf man sich nicht mehr auf die Treppe setzen. Kleiner Side-Fact. Also falls du in Rom sein solltest und dich auf die Treppe setzt und dabei erwischt wirst, kann das bis zu 400 Euro Bußgeld kosten. Da wollte mir jemand noch mal was andrehen. Ich glaub gar nicht, Leute. Die versuchen ja auch nur was zu verkaufen, aber es war so nervig. Ich war teilweise so pisst deswegen. Aber ja, davon lass ich mir mein Wochenende in Rom nicht nehmen. Okay. Dann ein kleiner View auf die spanische Treppe. Ja. Dann haben wir hier einmal das Monumental Nationale a Vittorio Emanuele II oder auch Vittoriano oder Altare della Patriarchi. Ein zweihundert... ach 1927 wohl Ende des Nationaldenkmal. Und nächster Zeitsprung, das war dann... War das... Oh, weiß ich nicht mehr. Doch, das war Tag 2. Das war übrigens gerade der Staat-Vatikan-Staat... Stadt... oder auch Vatikan genannt. Hat man mich gerade kurz gesehen. Ich hatte einen Schal oben und unten rum, weil mein Outfit... Ich war leider nicht passend angezogen, weil meine Schultern frei immer noch meine Knie gesehen hat. Weil meine Knie gesehen hat und da musste ich mir nochmal zwei Schals kaufen, damit das bedeckt ist. Und dann konnte ich erst in die Kirche ein. In den Petersdom. Ja, da sind wir hier in der Basilika St. Peter oder zu deutsch, Petersdom. Da passen einfach 20.000 Menschen rein. Das ist auch einfach riesig. Das war auch ein total schöner Moment, das alles zu sehen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist unglaublich, was da erbaut worden ist. Ja, es ist die größte der päpstlichen Basiliken. Und eine der größten und bedeutendsten Kirchen der Welt. Wunderschön. Ja. An dem Tag war es sogar noch heißer draußen. Und ich dachte echt, ich muss kollabieren. Es war wirklich viel, viel, viel zu warm. Vor allem mit den beiden Schals um den Schultern und um die Hüfte herum. Ja, dann haben wir schon wieder einen Zeitsprung. Hier sind wir im Vatikanischen Museum. Und das einzige Problem war wirklich nur, wir waren tot. Meine Füße waren tot. Meine Beine waren tot. Alles war einfach nur tot. Und ich konnte den Aufenthalt in dem Museum gar nicht richtig genießen, weil mir einfach alles weh tat. Aber es war wirklich, wirklich unglaublich schön. Sehr, sehr toll. Ich kann jetzt leider dazu nicht so viele Side-Facts erwähnen, weil es einfach zu viel, zu viel, zu viel Informationen sind. Auf jeden Fall geht es dann gleich noch in die Sixteen Schapelle. Oder in die Richtung. Ich durfte auf jeden Fall da drin nicht aufnehmen. Es ist nicht gestattet, was ich auch absolut verstehen kann. Ja, da sieht man nochmal, habe ich die Deckenbilder aufgenommen. Es ist einfach, ich bin aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Es ist unglaublich, was dort für Gemälde, für Kunst auch einfach zu sehen ist. Und das, ähm, ja, ich war wirklich sprachlos. Guck dir dieses Riesengemälde an und so viele kleine Details. Und, wow. Einfach nur unglaublich. Das war wirklich unglaublich. Ja. Wir mussten auf jeden Fall immer so gegen 15, 16 Uhr eine Pause wieder Richtung Ferienwohnung machen, weil unsere Beine einfach nur tot waren. Und ich musste erstmal heftig schlafen, weil mein Körper, der hat sich einfach verabschiedet. Ja. Da sieht man auch nochmal. Das ist, boah, einfach Wahnsinn. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mal in Rom sein solltet. Dann, ähm, schaut euch das Museum an. Dann, äh, die, den Petersturm, das Kolosseum und, ja, versucht so viel zu sehen, wie ihr nur könnt. Richtig, wie schön. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, aber ging leider nicht. Ja, dann, äh, sieht man hier den Heimweg wieder Richtung Ferienwohnung. Da waren wir abends noch Essen. Und ich wollte unbedingt Broschetta, Broschetta, ne, Broschetta ist es, glaube ich, ne? Weiß ich nicht genau. Klär mich auf. Es werden sowieso welche dabei sein, die mich auch klären werden. Also, bitte, there you go. Ähm, ich wollte es unbedingt essen und ich habe nie das bekommen, was ich haben wollte. Ich habe immer andere Variationen bekommen und die haben mir einfach nicht so gut geschmeckt. Und, äh, Spaghetti Carbonara wollte ich auch essen. Und ich habe die italienische Variante gekriegt, die mir nicht geschmeckt hat. Und ich war so enttäuscht. Naja, ja, hier sieht man auch schon, äh, wieder den Rückweg Richtung Amsterdam im Flugzeug. Ja, was soll ich sagen, es war auf jeden Fall mega, mega schön. Und, ähm, ich möchte gerne noch weitere Vlogs drehen. Wenn das natürlich zeitlich bei mir möglich sein wird und, äh, bei meinen Familienmitgliedern mich zu begleiten. Weil alleine verreisen möchte ich dann auch nicht. Und, ähm, ja, ich hoffe, dir hat der kleine Vlog gefallen. Weil ich habe versucht, so ein bisschen auch, ähm, ja, Facts über die Orte mit reinzubringen, falls jemand da nicht so ganz genau Bescheid wusste. Und, ja, lass mir gerne einen Kommentar da, ein Like und ein Abo, wenn dir das Video gefallen hat. Und vielleicht gibt's ja bald mehr Vlogs, bin ich zeitig. Ich wünsch dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Hmmm. Vielen Dank.